Willkommen zu einer Runde Tumulia One on One Ich weiß, das kommt in letzter Zeit ziemlich oft, zumindest nehme ich es oft auf Aber ich muss gucken, dass ich was für meine Ferien vollproduziert bekomme Junge, hat er noch was anderes zu tun als Lava zu play? Nein, das wird ekelhaft Ich muss halt gucken, dass ich irgendwas für meine Ferien habe, wenn ich im Urlaub bin Und da ist Tumulia One vs. One tatsächlich immer so für den Moment das einfachste, was ich persönlich einfach machen kann Da hast du Voll-Damage bekommen, was? Ich hätte mich vielleicht noch hochgappen können, wenn ich mal so drüber nachdenke Und ja, ich muss halt gucken, ich will auch in diesem Vlog eigentlich mega viel Arbeit stecken Hurensohn! Ich hatte sogar mal drüber nach... Perfekt, ich hatte mal sogar drüber nachgedacht, mich in dem Vlog zu zeigen Ja, dann ist mir aber aufgefallen, ich bin viel zu hässlich Und dann war das auch für mich wieder gegessen LOL Ich weiß nicht, ich will mich eigentlich nicht zeigen Deshalb werde ich es wahrscheinlich auch nicht 300 IQ Play, I know Und ja Ich kann nur mal drüber reden, dass der Typ komplett betatet ist Ich werde aber in diesem Vlog definitiv ziemlich viel Arbeit reinstecken Ich habe mir schon ziemlich viele Gedanken gemacht, was und wie ich es mache Und ja, wird wahrscheinlich so ein Riesenprojekt von mir Und ja Ich kann nur mal drüber reden, dass der Typ ein Retard ist Also ich habe schon einen Plan einigermaßen Und mein Gegner ist AFK, geil Uff, der Typ ist ganz gut Den hätte ich doch lieber AFK killed Naja, aber ich glaube, ich muss mir auch nicht so genau Gedanken drüber machen Weil ich dafür wahrscheinlich eh noch ein Dreivierteljahr brauchen werde, bis ich damit fertig bin Also mit dem Vlog einfach nur am Cut und sowas Und der Typ hat ziemlich kassiert Na dann, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über Like, Kommi, Abo, etc. mega freuen Bis dahin